Hey Leute, ich begrüße euch mal wieder zu jeder Menge Hä und Spaß, Spaß, Spaß in GTA Online. Da haben wir heute unseren Ehrengast, den Stormy, Noah Hecht und die bekannten alten Leute da, so zum Beispiel Demeter, Hallöchen, Bacon, Oink, Oink, Jalk, Du bist viel älter und Sender. Spaß. Und natürlich ich, der Shadowrunner. Wir haben mal wieder eine neue Spielart ausgewählt. Landezone. So sehe ich doof aus dem Demeter nicht. Das frage ich mich auch. Och ne, ich habe die beiden schon wieder im Team. Oh, danke. Ich habe ein absolutes Helmgesicht. Nein, du hast das falsch verstanden. Du hast ein Tüten-Gesicht. Wie ein Feuerwehrmann oder sowas. So, was müssen wir jetzt machen? Landen. Und sterben. Genau. Und wenn man unten gelandet ist, da gibt es eine Landezone. Die muss man halten. Das heißt, es ist diesmal echt wichtig, schnell zu landen. Was war nochmal zum Öffnen? Nein, X ist es nicht. Nein, A ist es. Das ist das andere. Das ist da unten eben. Das waren sicherlich nur unversehen vom Fjall. Ja, ich meinte den Knopf da unten. Ich dachte, das wäre X. Ich kann auch einen weiteren öffnen. Dann mache ich das da mal auch besser. Ja. Weil ich habe zu früh geöffnet. Ist Dormi schon da? Ja. Patsch. Dormi schießt wie ein bekloppte auf Bacon und hat ihn getötet. Ist selber dabei fast draufgegangen. Spawn man dann eigentlich jedes Mal in der Luft? Ja, man spawnt jedes Mal in der Luft. Ich bin kein Gegner. Warum bin ich kein Gegner? Äh, Fjallk, ihr müsst da in der Mitte recht nah dran stehen, ne? Wenn ihr da seid. Ja, ich versuche gerade noch den Shadow-Platz zu machen. Hey, ey, lass doch mal. Und wer ist da, ist da irgendwer beim Landen gestorben? Ne, der ist Glitch. Der lag jetzt auf dem Polis, steht er wieder oben auf dem Links. Hm, IC IC. Limiters bin ich. Aber da wird mir was Grünes angezeigt. Ja, da hinten. Der, 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 der. Und, 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 und wenn's geht immer möglichst schnell in die Landenzone kommen. Also es gibt nur für mein Team, nicht für das Gegnerische. Mhm. Ja, der nicht stirbt. Unglaublich. Ja, du bist auch nicht gestorben. Und das ist ein Wieschen, und Orangener. Ah, verdammt. Oh ey, wenn ich so weitermache, dann klatsche ich glaube ich bald direkt einfach auf dem Boden auf. Ein Baum, 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 Baum. Ey, Auto! Oh, ey, wie ich das auch immer schon bei der Landung teilweise schaffe, fast die Hälfte. Ja, okay, bis mal ging's. Bringt das mehr Punkte, wenn wir mit mehreren in der Landezone stehen? Ja, auch ich. Dann alle rein, Demeter, rein. Na ja, ich bin zu weit außen gelandet. Achso, da rein, okay. Ja, das Orange. Irgendwer schießt da schon aus der Luft auf uns. Oh, da ist er abgestürzt. Da oben auf dem Dach, andere Straßenseite. Oh Gott! Was, wo? Auf der Straße. Wieso, lass das Sack, bin ich gerade runtergeklatscht. Nein, jetzt weiß ich nicht, wie ich hier hochkomme. Scheiße. Wo, wer schiebt? Shadowrunner ist da hinten irgendwo. Du siehst auch da oben dieses grüne Ding. Das da? Ja, das da. Das grüne Ding mit dem roten Fleck. Es war nur noch ein einziger roter Fleck. So gehört sich das auch. Das macht Spaß. Ja. Geht so. Ja, aber du brauchst halt wirklich eine gerade Anzahl. Obwohl, ich glaube, man hätte sogar auch jetzt mit drei Teams spielen können, ne? Oh Gott. Äh, drei, zwei Teams, glaube ich. Geht sogar auch, ja. Aber ich habe mit drei Teams. Okay. Nein, 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 das ist so. Dann kommt das in die Mangel genommen. Ja, das ist doch schön. Ne. Dann hast du es in die Mangel genommen zu werden. Also richtig. Erzähl mehr davon. Kleine, heiße Gnome wollen die in die Mangel nehmen. Ich schlafe heute Nacht eben nicht. Hui, auf geht's. Lauf ist eh überbewertet. Lauf. Geil, Gnomi. Derselbe Spruch in derselben Sekunde. Sehr gut. Echt? Wo bleibt ihr eigentlich? Ich habe total viel Vorsprung. Ihr wisst schon, man kann auch schnell nach unten gehen, ne? Na ja. Wie denn? Na ja, dir sage ich das jetzt nicht. Nach vorne drücken. Analog sich nach vorne drücken. Oh. Nein, nicht oh. Ja. Doch, drück mal oh. E. Ey, ich... Okay, ich bin... Ich komme wahrscheinlich trotzdem immer als Letzter an, weil ich halt die Landung so krass verkackele habe. Ich habe mein Problem. Ich bin dann eben gesprungen. Komm, nicht mehr zurück. Ja, doch, komm doch mal rein hier in den Kreis, da. Mensch. Ja, 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 ja. Na gut, bin ich im Tod. Oh, hier. Wirft ja gar da irgendwas? Nein. Mist. Sehr gut. Sehr gut. Wenn einer ein Headpack will, dann jetzt holen. Öh, brauch nicht. noch nicht oben konnte ich noch jetzt gebraucht da kommt einer schauen überlegen da hinten ist noch ein zumindest wird auf der karte zu spät alle rein in den kreis da versucht glaube ich eine von denen um das haus um zu fliegen wieder auf der straße hast du den ganzen tag ja wie geht es raum kindern keine ahnung habe ich in der wüste zurückgelassen dann schönen vorsprung jetzt ist er wieder scheiße im arsch das ist nicht normal das scheiße im arsch ist das habe ich jetzt gerade zum ersten mal gehört die kommen irgendwie von zwei oder drei seiten die schweine nein man sollte nicht die pistole nehmen ich hätte mir gerade ein schaltes schaußt das und pelt fake ist nicht in meiner sichtweite Dann noch kurz hinlaufen. Oh, das war... Schön gelandet. Wir müssen jetzt noch halten. Halten, halten. Da kommt der Fjalk. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt hoch? Irgendwo muss der Schraubgelandet fühlst, dann musst du außen rumlaufen. Das ist mir auch schon passiert. Mehrfach. Oder bleibt einfach stehen, ihr habt eh verloren. Das sage ich doch. Aber knapp. Wieso? Wieso hatten der Shadow eingestellt? Ich glaube, es ist zwei Siege. Das klingt gut. Ich habe insgesamt schon in beiden Runden zusammengezählt 0 Kills. Das machst du sehr gut. Der Stormy ja beschmicht mich irgendwie immer. Das muss ich mir merken. Ich? Nee. Doch. Gerade eben auch. Als ich da schön im Geländer gelandet bin. Ja. Ja gut. Das sah sicherlich sehr schön aus. Ja, weil du wie so ein nasser Sack auf dem Bauch auf dieser Jalousie aufgeklatscht bist und ich nur noch drauf halten musste. Aber so einen hatte ich auch schon. Dafür springe ich jetzt auch als letzter ab. Und ich bleibe am Shadow hängen. Ja, an mir bleiben viele herhängen. Du blockst mich den ganzen Tag. Weniges hat mich diesmal nicht mit dem Raketenwerper abgeschossen. Boah, das wäre lustig. So mitten in der Luft. Hey, Ronimo! Und direkt drin gelandet. Ich bin sogar drin gelandet und hab hier zwei Leute gekillt. Also. Awesome! Oh. Ähnlich wie ich. Nur dass ich noch einen Kill hatte. Ähm. Was aus der Rest kommt, weiß das einer von uns. Aber da ist was grünes. Aua. Ey! Da kommt einer an. Nein! Ey, und der Stormy hat mich schon wieder. Der ist einfach fällt runter. Achtung, da ist noch immer der Stormy. Nein, ist er nicht. Es ist gar nicht wahr, was ihr erzählt immer den ganzen Tag. Siehst du, ich bin doch schon weg. Auf, weg. Das war fies, ey. Ja, nix. Ich saß aus, als wäre dann so eine Halsarterie. Explodiert. Getroffen. Das hört doch gar nicht mehr auf zu spritzen, eben. So, rein, rein, rein. Soll das auch in die Cafegröße dazu schießen? Oh, ich, das gibt's ja nicht. Ich bin so blöde. Was machst du denn? Ihr wisst doch, ich bin Fallschwimmer. Ich konnte das mal richtig gut. Komma! Platsch. Dammt, ich komm nicht über die Hecke. Alter! Rinder, du. Alter, Scharfütze. Ich kriege dafür, wenn du so einen Homescorp hast. Ey! Das passt gerade nicht so, oder? Vorweg, Demeter, ist da oben links. Ja, es tut mir auch echt gerade leid für mein Team. Da oben ist er rechts. Ja. Äh, Becken? Mhm. Hochziehen. Nach hinten ziehen beim Landen. Ja. Nicht nach vorne weiter drücken. Ich kann mich nicht verwegen, solange der Sender auf mich zielt. Die Fight-In. Die fehlen gerade drei Leute auf dich. Ja, die anderen waren gerade ein bisschen verpeilt. Der Stormy schießt gerade in die Luft. Ja, der schießt auf die ankommenden Fallschirmspringer. Hat doch gewirkt. Der Becken hat schon wieder nach rechts abgezogen. Ähm, ich hab mir eben eine ganz blöde andere Frage. Ich hab versehentlich in GTA die Aufnahmen aktiviert. Wie mach ich das denn wieder aus? Mal Aufnahmen machen. F irgendwas? F1 und F2 ist es, glaube ich. Ah. Warum drückst du F-Tasten? Hab ich halt vorhin scheinbar mal zwischendurch. Ja, es tut mir echt leid für mein Team. Das war gerade eben... Warum hast du F-Tasten? Ich hab einen getötet. Juhu. Einen. Oh. Jetzt musst du eine Runde ausgeben. Ja. Ja, mach ich dann, wenn ich bei euch bin. So, das haben alle gehört, ne? Ich hab's irgendwas auch nicht aufgenommen. Ja, das haben wir alles in der Aufnahme drin. Ja, ich geb ein Getränk aus und der Becken lädt mich dafür auf den Dön ein. Team Deathmatch. Oh, guck mal, was du mein Lieblings-Metmacher. Oh, Dr. Dragon Ball seid. Dr. Dragon Ball. Ja, unser bester Freund. Ja, toll. Vor allem die Sachen vom Ken Rennen. Vor allem ich. Es ist ein Deathmatch. Nur um zu sagen, das Rennen müssen wir nie beendet haben, war nicht von Dr. Dragon Ball. Nicht? Nee. Ich dachte. Immer dieselben. Wollen wir mal die Teams ein bisschen durchwischen? Nein. Nein. Nein, gerade einstimmig. Okay. Ja, Shadow, jetzt hast du mich in der Backe kleben. Ihr seid so stark, das müssen wir nicht machen. Ähm, ist das schon wieder sowas? Och, Shadow, wähl doch mal echt. Oh, kann ich diesen Wagen behalten? Oh, den wir warten. Schön. Äh, müssen wir eigentlich jetzt mit den Autos fahren oder was müssen wir machen? Rampo hoch, schnell, schnell, schnell. Mein Team ist wahrscheinlich das, das nicht auf dich einschlägt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier hochrenne. Ich mach das einfach mal, ne? Da sind bestimmt Waffen oben. Ja, Schlagschlöcke. Toll. Dann bringt mich das weiter. Ich weiß auch nicht. Nein! Ach. Aber du hast mich nicht umgebracht. Warum geht der denn da runter? Weil es hier unten auch so schön ist. Wir hätten da das Auto auf der Rampe geparkt. Fjallg? Habe ich dich wenigstens noch entflammt? Nein. Stade. Der Molly hat mich zwar direkt getroffen, aber... Ach komm, jetzt, jetzt, ja, hier. Nee. Nein! Fjallg, das bin ich. Wir sind in einem Team. Ja. Ich wollte es nur eben gesagt haben. Das hier nicht schlecht, hier gibt es... Nein, Gas. Oah. Ja, ich habe einen Fallschirm aufgesammelt. Jetzt geh mal weg. Wer fährt denn da die ganze Zeit mit dem Auto rum? Ey! Ich dachte, du wärst... Oh, Gott. Wow, hier oben gibt es nichts. Nichts! Hier oben gibt es gar nichts. Doch. Fallschirm und ein Messer habe ich jetzt hier oben. Ganz oben. Also, ich habe hier so eine tolle Eisenstange. Und Schlagstöcke. Und ich habe einen Baseballschläger. Immerhin. Gucken, was da bringt. Die Schlagstöcke sind immer gut. Hi, Shadow. Eine nackte Frau fällt vom Himmel. Oh, Gott. Scheiße, doch nicht so richtig an. Ach, der Sender fährt unten mit dem Auto rum, oder? Ja. Ich bin ein Bekloppter. Ey, das war wieder... Ich warte auf Respawns, die ich plattformen kann. Ich habe jetzt auch einen Knüppel. Arr, bleibt hier einfach stehen? Ich habe mich angekillt, also gewinne ich. Äh, das ist ein Team. Hä, wo sind denn eigentlich alle hin? Ach, ihr seid jetzt alle wieder nach unten. Dann vielleicht nicht. War's nicht. Du mit deiner Eisenstange. Keine Eisenstange, das ist ein Gummiknüppel. Das tut weh. Ja. Lass mich drauf stehen bleiben. Jawoll. Ja, genau. Wie die Bekloppten. Demeter, warum stirbst du? Weil die zu zweit über mich drüber gefahren sind. Ja, aber du warst doch irgendwo hier oben. Nein, ich bin runtergekommen, weil die, ähm... Lass dich doch da unten rumfahren. Bleib doch einfach hier oben. Hier oben ist es viel schöner. Ja, aber das macht doch keinen Spaß. Wow. Ab und zu kommt der Shadow vorbei, den kann man zusammenknüppeln. Das bin ich Demeter. Das war nicht Demeter. Nein. Ach so. Ja, das war ich. Nee, das war ich. Ach, ihr seht doch alle gleich aus. Das war Stormtrooper. Ich habe Stormtrooper erschlagen. So, Punkt. Das ist nicht nett. Die machen auch nur ihren Job. Ja, wir brennen. Wir brennen. Dich erkenne ich überall. Ja, eigentlich ja auch. Oh Mann. Ja, Bacon. Ich wollte dir nur helfen. Ja, super. Hab dich getötet? Hab dich getötet? Hab dich getötet? Oh. Tschüss. Bin ich doch nicht beinahe selber oben. Lass mich das doch machen. Können wir jetzt mal aus den Autos aussteigen? Nein. Ich habe Angst. Ich fahre weg. Tschüss. Nein, 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 nein das ist dann einfach eine einge weg mit einem knüppel ich glaube auch nicht dass das so geplant ist hast du warte fuck ich hatte volle schutzweste total op nicht gut ist nicht in meinem team ist nett dass du ihn überfahren hat ja ich kann ja ich war aber eh schon tot ist muss ich auch hier unten rumfahren ist so kacke ach so ein scheiß hör auf damit das ist nicht fair guck mal ich hab hier nur fatsche händchen ja und schlag zu hauptsache ich hab einen erwischt alles was zählt ich glaub die 30 kills machen wir nicht mehr frei den dings hier überhaupt ach so das bist du ich bin das richtig doch nicht um hey da war angeblich ein health pack da wollte ich gerade hin lass das mal ich hau noch mal nach sicher sicher das ist nicht so gedacht aber es ist witzig ja was wie hast du mich denn jetzt gerade umgebracht flambiert eventuell tränengas mit tränengas ja ja ich lebe noch ich lebe noch ja warum immer überfahren lebt immer noch oh entschuldigung die mitte jetzt bin ich äh gesprengt ach schade das war knapp so 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 du gehst weg das machen wir nicht tschüss nein 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 stopp jetzt ok einschlag ja also ich glaub das ist echt nicht so wie es eigentlich gemeint war aber dann würden ja sonst nicht so viele autos rumstehen muss man auch einfach ehrlicherweise sagen ja steigt doch einfach aus den autos mal aus ok nein doch jetzt bin ich auch ausgestiegen wird ihr euch nicht irgendwie gegenseitig zusammen schlagen aus versehen nö geht nicht wahrscheinlich im team ne ja hat jemand ne waffe hier schießt jemand auf uns ich bin's nicht ich bin's nicht jeder der was anderes behauptet lügt knallhart ich kann das heute nicht äh außer dem shadows medikit was dir auf der karte angezeigt wird das ist oben ja deswegen bin ich eben im kreiberum herum weil er auch hat mich gefunden hoch nicht ach so warum läufst du überhaupt immer unbewaffnet rum du hast doch vorhin auch eine brechstange aufgesammelt nein ich hatte noch gar nicht ich habe immerhin schon eine mini-ozi gefunden aber die ist auch schon wieder leer wie bist du denn auf das dach hochgekommen haha geheimnis das ist ja voll unfair nö das ist ganz normal da oben liegt auch einmal die mini-ozi ich habe sonst außer dem raketenwerfer von der minigun wo irgendwo in der Luft schweben noch keine Waffen gesehen bis jetzt aber die ist auch nur einmal 30 schuss oder so ich bin schon gerade einmal hier auf der mauer außen entlang und gucke ob ich noch was anderes finde ich muss eigentlich einfach nur über den pier oben drüber gehen verrat jetzt einfach mal ist jetzt auch nicht sonderlich ja 3 gegen 1 heute aber schon das ist doch auch wie zu es scheint wir haben verloren ach noch nicht noch nicht weiß nicht eine große fette rote 19 unten rechts in meiner ecke sagt mir irgendwie dass es so sein könnte hi shadow okay lass uns hier bleiben kuscheln oh ja komm komm lass kuscheln schlag nochmal ein bisschen nach Du hast dieselbe Frisur wie ich, wenn ich meine Maske nicht auf hätte. Ja, wie gut, dass du meine Maske auf hast. Ja, ich weiß kein hässlich. Und warum liegt denn da eigentlich Stroh? Du wirst jetzt nicht zeigen. Oh, ich sehe gerade Episode Ende und so. Richtig. Und deswegen sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.